Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin Lola Weipert soll wieder Single sein. Zwei Jahre hielt ihre Beziehung. Doch nun soll alles aus sein. Laut Bild hat sich Let's Dance-Kandidatin Lola Weipert heimlich, still und leise von ihrem Freund Florian getrennt. Kennengelernt hatte sich das Paar, nachdem die heute 25-Jährige als Moderatorin im Januar 2019 ein Date mit sich sowie einer anschließenden Fake-Hochzeit in Las Vegas über das Radio verloste. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die nun offenbar ein Ende gefunden hat. Let's Dance-Star Lola Weipert. Das soll der Trennungsgrund sein. Unter Berufung auf einen Insider heißt es in dem Artikel, beide hätten sich auseinandergelebt. Eine Nachfrage ließ der TV-Star unbeantwortet. Wann sich das Paar angeblich getrennt hat, ist unklar. Auf Instagram, wo Lola und Florian ihre Liebe nur zu gerne mit ihren Followern teilten, ließen sich beide in den letzten Wochen jedenfalls nichts anmerken. Dennoch, der letzte gemeinsame Instagram-Post, in dem Lola zugleich von ihrem Flo schwärmt, stammt vom 30. Mai. Wie Bild berichtet, wolle die Moderatorin nun ihren eigenen Weg gehen. Was genau das heißt und welche Projekte in Planung sind, ist nicht bekannt. Auch auf Instagram spricht die einstige TV-Tänzerin von einem Dreh ohne konkreter zu werden. Zuletzt moderierte die junge Frau die Show Temptation Island VIP.